So meine Lieben, hier bin ich wieder und ich habe mir gesagt, nachdem ich jetzt erstmal hier einige Zeit eine Pause gemacht habe, wow, jetzt haben wir losgelassen und kommen jetzt auch rüber. Okay, gut, ja, ich wollte heute mal wieder hier gucken, wie wir hier vorankommen und deswegen freue ich mich jetzt erstmal hier um, dieses Brett. Hm, ach doch, geht jetzt auf. Hallo, guten Tag, ist ein bisschen zu kleines Zimmer. Gut, was machen wir hier mit? Aha. Und wo soll das Brett hin? Okay. Ähm. Vielleicht. Immer dieses Hochheum, dass er hier die Knöpfe so komisch dann immer drücken muss. Hier ist eine andere Wand. Jetzt versuche ich das mal da. Hier ist es so. Aber so bleibt das Porett nicht stehen. Ähm, und das Teil hier. Wuh, schwer. Machen wir das mal hier vielleicht erstmal hin, mal gucken. Dann nehmen wir das Porett, legen das erstmal hier so hin. Dann ziehen wir das mal so ein bisschen rüber. Wow, der drückt so einmal kurz auf springen und manchmal springt der dann zweimal. Äh, okay, das ist ein bisschen schräg. Das können wir so auch nicht rollen. Wir müssen das dann so machen. Ähm. Dann. Mal sehen, wie geht das jetzt am besten? Ähm. Da 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 da. Ah, das mag ich mal. Ähm. Das war vielleicht zu weit. Da komm. so vielleicht das könnte man ja du machst das nach oben diese steuerung das ist aber so schräg nein nein ich will das holz haben da ziehst du jetzt dran und dann bewegt sich gar nichts ja nimm doch das brett und dann ich würde noch ein bisschen weiter hier in mitte habe ich ziehe und machen es wird sich nicht gerade diese steuerung also dreht sich das ja nur es dreht sich nur auf der stelle ich krieg das hier nicht rübergezogen ey mann wie schwer ist das denn ey ja jetzt müssen wir sehen ich müsste auf die seite aber da muss dann von oben was runtergerollt kommen oder was und dann aber wie soll das gehen Ähm... Hm... Da müsste was draufknallen, damit ich dann hier, hui, nach oben komme. Aber... Boah, wie mein Manneken dich immer bewegt, ey, das ist ja... Ähm... Ich kann die Arme so nicht hochheben, weil dann ja auch die Kamera mit hochgehe und dann... Oh Gott... Ich muss ein Stück hier drüber vielleicht... Ja... Kann ich das so hier herziehen? Ja, das geht... Ah... Das ist aber hier... Boah, Alter, wie... Diese Rätsel, ey... Ich kann das Ding ja nicht da oben hin schleppen, das geht doch überhaupt nicht... Wie soll ich denn da Schwung bekommen, dass ich da so hochgesteuert werde? Na, aber ist das mit der Wittmühle da hinbekommen? Jetzt komme ich hier nicht weiter... Rolle, 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 Rolle... Ziehen wir das nochmal hier her... Hm... Hm... Ach Gott, ey... Ja, genau... Jetzt nimmt er das Schräge... Ach... Dass du so viele Knöpfe gleichzeitig drücken musst bei dem Spiel hier, ey... Das ist so furchtbar... Nein... Das ist wieder Schräge... Mann, das... Das lag doch gerade... Das machen das so gut hoch... Ach, ey... Das kommt doch nicht mal so ein Stück hoch hier... Wir sind doch mehr oder weniger in der Mitte... Da kannst du das doch einfach so... Nein... Nimm das doch nicht schräge... Ach du... Willst du dreht er das denn? Ich bin doch mehr oder weniger in der Mitte... Wie kann er das doch schräge nehmen? Also ich meine hier... Ah... Gott, ey... Du kannst auch nicht so stückweise und stückweise machen... Ähm... Moment, Moment, Moment... Nein, nein, nein... Wenn du jetzt einmal hier drüber bist, kannst du nicht mal nach vorne gehen, ey... Das ist doch... Dann musst du das mit einer Hand irgendwie machen... Wenn... Hältst du beide da dran fest, geht's nicht... Ne... Alter... Ach... Ich glaub's nicht, ey... Warte mal... Ähm... Okay... Vielleicht muss das ja auch gar nicht so sein, wie man das immer denkt... Dann mach ich das mal anders... Warte mal... Ich will's einfach nur gerade nach hinten schieben und dann dreht sich das andauernd, ey... Das ist doch einfach nicht wahr... Na gut... Ähm... Schiebe ich das mal hier hin... Dann kommt das da drauf... Ach Gott, ey... Du kannst es ziehen und ziehen und ziehen und... Ich fände das so bescheuert, ey... Diese... Bewegungen hier und alles... Und... Oh Gott, ey... Vier Sachen auf einmal drücken und bewegen und überhaupt, ey... Da muss doch noch die Kamera bewegen... So... Ist das da oben drauf... So... So... Ist das da oben drauf... Jetzt bring das Ding doch mal her... Mann... Das gibt's doch gar nicht, ey... Los... Beweg dich doch, ey... Du kommst nicht nach hinten... Es geht einfach nicht... Das ist so schwer... Boah, ey... Diese Kamera, ey... Schieb das Ding doch einfach nach vorne... Du bewegst dich, aber es rührt sich nix... Mann, ey... Du musst hier drücken... Da drücken... Ey... Das rührt sich... Nix... Ey... Das rührt sich... Nix... Ey... Springt der wieder zwei... Warum? Ey... Ich drück nach oben... Ich komm nie hoch, ey... Ehm... Ah... Agh... Agh... Ah... Gott... Diese Kamera... Und diese Bewegung hier, ey... Das ist so furchtbar... Raus, der ist wirklich nach vorne, Mensch. Oh Gott, ey, die selbe wie er jetzt ist nicht möglich da. Alter, geh doch da hoch, ey, boah, meine Fresse, ey. Können wir das auch so sehen? Ja. Ähm. Aha, aha. Da ist ein Eimer drauf. Ähm. Ähm. Äh. Ich glaube, die kriegen wir nicht hoch. Ein bisschen, aber das bringt irgendwie auch wieder nichts. Hallo? So. Wow, ist das tief gefallen. Wo sind wir denn jetzt? Ähm. So sieht ja eher nach Wüste aus hier. Auf das nach dem Schloss. Wie ist das? Wie ist das denn? Huh? Wir gehen bei den Gätschüller hier Was war das denn? Hä? ach leute ich hasse sowas du berührst die dinge du gehst davor und dann klappt es hier immer wieder nicht und da immer wieder er so groß ist das wird doch gar nicht würde ich den teils wieder hochkommen überhaupt diese steuerung hier rüber und dann das ist aber echt nie so hoch wie man das immer hätte oder sowas wie soll ich denn da hochkommen bitte nach diesen eimer hin muss das männigen da bewegen du musst die kamera bewegen du musst die arme bewegen alles gleichzeitig und den bewirkt er sich auch noch so blöde äh diese kamera wie soll das gehen irgendwie denn da hoch oder nicht einmal bewegen kann nämlich mal ein was denkst du hier aha das ist wüste und dabei fällt sich ja hinten einfach nur wieder runter warum auch 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 Da fällt man auch nur runter. Das ist ein Felsen und den soll ich jetzt hier runterkultern oder wie? Und dann? Ach Gott ey. Kohler, 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 keine Ahnung ob es richtig ist. Oh. Äh. Aha. Von hier auf seh ich die Brücke. Ist da was umgekippt? Könnte ich jetzt da hoch? Oh. Oh. Hä? Wenn wir lange gucken und hier und... Okay. Aua. Wieso bin ich denn da vorbeigesprungen? Ach, wenn man nicht mal so eine kleine Ecke hochkommt ey. Komm mal hier hoch. Äh. Moment, Moment, Moment. Äh. Dass du nicht loslassen kannst, um da noch mal neuen Schwung zu nehmen ey. Ach Gott ey, ich hasse sowas. Hilfe! Hä? Wieso? Ach, kommst du da nicht hoch genug? Hm. Ne. Ach. Ach. Der Schwung ist zu wenig. Hm. Ach. 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 Ich glaube nicht, dass das geht, aber... Sieht immer nach derselben Höhe aus, würde ich sagen. Ach, das ist doch behämmert sowas nicht. Ach, Mann, oh Mann, das war anstrengend, ey. So, ich habe jetzt diese lange Hüpferei und Hochzieherei und auch hier versucht, bei dem Ding da hochzukommen und... Ja, irgendwann bin ich da hochgekommen. So, jetzt, Alter, jetzt kann ich hier weiter, nur ich darf jetzt nicht runterfallen, dann muss ich wieder hoch. Hoch, aber okay, ich muss mal... Ah, sehen. Ich glaube eins, zwei... Okay, ich bin jetzt so dicht dran. Arme hoch. Hepp. Oh weia, oh weia. Boah. Okay, jetzt noch mal da rüber. So, bin ich mal gespannt. Ähm... Okay. Moment, so... So rollt er nach vorne. Ähm... Hau head. Und head. So, Vorsicht. Auslösen. Boah. Improvisierte Munition. Trophäe erhalten. Aha. Jetzt bin ich aber zu hoch. Ich muss hier... Bäh. An die Brücke. Ah. Oh. So geht's natürlich auch. Hoch. Ähm. Äh. 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 Geh mal hier runter. Jetzt steht das Ding aber schief. Äh. 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 Keine Ahnung, was das... Äh. 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 Drehe nochmal hier... Am... 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 Dings. Das ist einigermaßen geradig. Ist auch nicht klar, ne? Wie soll ich da irgendwie... ...durch das Loch krabbeln? Oder wie? Moment. Ähm. Ähm. Ach. Hoch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sieht aber nicht richtig aus hier. Ne. Hö. Na gut. Dann... Alter Donner, falsch gelandet, aber, ups, Klappe geht auf, klatsch, alter, oh, jetzt, oh, Wasserrad vom Raddampfer, da ist ein Floß und hier ist ein Paddelboot, kann ich das Paddelboot benutzen, Irgendwie, Kann man, ah ja, man kann, Boah, wie umständlich die Steuerung da mal wieder ist, kann man da lang, kann man jetzt, Gute Frage, ne? Hallo? Hallo? Äh, man hält das Ding irgendwie fest, aber dann? Äh, ja, du kriegst das dann nicht mal richtig nach unten, naja. Hopsala, ach so, das geht ja nicht, aua. Gut, hätte sein können, haha. Müssen wir also doch das Buch benutzen. Erstmal, irgendwie, das ist ja so verdammt schwer. Ne, ich kann den rechten halt nicht bewegen, weil dann die Kamera sich mitdreht. Alter, ist das umständlich. Kann ich nicht einfach so nach vorne laufen? Das geht doch auch. Dann versuche ich mal das Floß hier zu nehmen. So, und nun, wenn ich mich hier festhalten würde. Wir sind hier auf Land. Ähm, ja. Okay. Drehen wir das einmal so. Also, nehmt es eigentlich an. So. Und nun? Kommen wir auch vorwärts? Nein, wir kommen noch nicht vorwärts. Warum denn nicht? Was ist denn los? Oh. Ja. 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 Wie geht das nicht. Ja. das ist so anstrengend ist es gibt es einfach nicht mit dem teil kannst du auch nicht fahren weil das immer nur der winter in eine richtung kommt man lasst doch mal drehen hier schön langsam